Nach dem Auftragen des Dichtstoffes versuchen viele Menschen mit einem Hilfsmittel wie Löffel oder Checkkarte und auch Teigschaber die Fuge abzuziehen. Hierdurch wird das Material über den Rand rausgeschmiert. Um das Problem zu vermeiden, hat man früher die Ränder mit Klebe oder Kreppband abgeklebt. Man hatte dabei ein schönes Ergebnis, doch schauen wir uns diese Fugen aus der Nähe an. Durch die Stärke des Klebebandes bleiben oben und unten für das bloße Auge unsichtbare Risse, in denen sich Schmutz und Seifenreste ablagern. Dieses führt zu Schimmelbefall und Verfärbungen der Fuge. Ein ähnliches Problem hat man, wenn beim Verfugen Spülmittel oder Seifenwasser angewendet wird. Dabei läuft die Flüssigkeit direkt unter den Fugenrand und das Material bindet nicht mehr auf der Fläche. Beim Glätten wird eine gewisse Menge Dichtstoff nach oben und unten rausgepresst. An diesen Stellen hat das Material keinen Halt. Genau hier fängt das Silikon an zu schimmeln. Hier zeigen wir Ihnen, was passiert, wenn Sie mit herkömmlichen Fugenspachteln arbeiten. Diese Spachteln hinterlassen ober- und unterhalb der Fuge einen deutlichen Schmierfilm. Das gleiche, wenn Sie mit einer Scheck- oder einer Plastikkarte abziehen. Selbst mit einem sehr starken Druck auf die Fläche ist die Schmiererei immer noch zu sehen. Mit unserem Fugenstar ist es völlig ausreichend, wenn Sie das Werkzeug nur mit zwei Fingern halten. Bitte ziehen Sie mit der scharfen Kante in Zugrichtung das Material einfach ab. So und nur so ist die Abziehfläche wirklich sauber. Ob große oder kleine Zierfugen, jede Fuge wird perfekt. Hier sehen Sie eine Spaltfliese. Die Oberflächen dieser Werksteine sind rau und porös. Wenn man hier mit einem normalen Plastik oder Gummi abziehen würde, bleibt der Schmierfilm in den Poren, was man anschließend auch mit einem Teppichmesser nicht wegbekommt. Mit dem Fugenstar machen Sie nur einen Strich und das ohne Druck und Kraftaufwand. Nach vielen Jahren hat man festgestellt, dass eine Hohlkehle als Anschlussfuge zu vermeiden ist. An einer Hohlkehle sind die Flanken beachtlich dünn. Die viel zu dünnen Flanken werden beim Putzen, beim Wischen stark belastet. Nach gewisser Zeit fransen die Ränder der Fuge aus. Silikon löst sich und fängt an zu schimmeln. In dieser Grafik wird noch einmal ausführlich aufgeklärt, weshalb eine Hohlkehle dringlichst zu vermeiden ist. Bei einer Hohlkehle sind die Flanken immer so dünn, dass sie beim Putzen einreißen und ausfransen. Bei unseren konvexen Fugen sind die Flanken achtfach stärker. Selbst beim täglichen Putzen reißen die Ränder nicht ein. Um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden, wird in die Fliesenzwischenräume eine Fugenschnur eingesetzt. So sparen Sie Material und die Fuge kann sich ausdehnen, ohne zu reißen. Eine Dreiflankenhaftung sollte unbedingt vermieden werden. Achten Sie auf den Abstand der Fuge. Die Hohlräume müssen mit Fugenband ausgefüllt werden. Es ist egal, wann Sie an- oder absetzen. Gehen Sie jederzeit rein und raus. Die Form der Fuge bleibt immer erhalten. Wenn Sie mal ein Stück aus der Fuge rausnehmen, füllen Sie diese Stelle mit gleichem Material wieder auf und ziehen mit der gleichen Fugenstärke weiter ab. Sie sehen keine An- oder Absatzpunkte. Das überschüssige Silikon ziehen Sie mit dem kleinen Radius aus der Querfuge raus. Einmal nach oben und nach unten. Fertig. Hier sehen Sie ein ähnliches Werkzeug mit einem rechten Winkel. Mit Werkzeugen, die im rechten Winkel arbeiten, können Sie leider keine Querfugen überqueren. Sie bleiben an jeder Querfuge stecken. Ganz egal, in welche Richtung Sie arbeiten. Physikalisch ist es möglich, immer nur eine Seite des rechten Winkels anzuschrägen. Wenn man die obere Seite schräg hält, bleibt man mit der unteren Seite hängen. Wenn man die untere Seite schräg hält, dann steckt man mit der oberen an jeder Querfuge. Und so haben wir dieses Problem gelöst. Der Fugenstar hat keinen rechten Winkel. Weil wir keinen rechten Winkel haben, können wir beide Abziehseiten gleichzeitig schräg halten. Dieses System verhindert das Reinrutschen an den Querfugen von beiden Seiten. Hier ist ein ganz deutliches Beispiel. Das Werkzeug wird beidseitig nach vorne gekippt und Sie überqueren alle Fugen wie mit einem Schlitten. Wenn Sie in einer Ecke arbeiten, stoßen drei Fugen aufeinander. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine davon ist, wenn Sie zuerst aus der Ecke heraus nur in eine Richtung abziehen. Fahren Sie mit gleicher Stärke diesmal in die Fuge rein. Nicht bis zum Anschlag, sondern nur bis zum rechten Rand der bereits abgezogenen Fuge. Gehen Sie von der rechten zur linken Kante und ziehen den Rest in die übrige Richtung ab. Die Fugenränder müssen sauber, trocken, fett und staubfrei sein. Suchen Sie an der gesamten Fuge den größten Abstand des Fliesenzwischenraums aus. An dieser Stelle halten Sie das Werkzeug mit verschiedenen Größen an, sodass die am besten gedeckte Flanke für die gesamte Länge verwendet werden kann. In der Regel gilt es, dass die Fuge 2 mm von jeder Seite überlappt werden muss. Spritzen Sie geeignetes Silikon in die jeweilige Fuge ein. Mit der scharfen, vorher ausgesuchten Kante ziehen Sie das Material einfach ab. Nach jedem Absetzen streifen Sie die überschüssige Masse immer wieder vom Werkzeug. An engen Stellen, wie zum Beispiel hinter der Armatur oder Wasserhahn, benutzen Sie den mitgelieferten Fugenstarr Mini. Das eventuell verschmierte Material an Fliesen oder am Badewannenrand wird schon beim nächsten Zug mitgenommen und sauber abgezogen. An Ecken arbeiten Sie immer zuerst nach oben, dann von rechts nach links. Diesen Vorgang können Sie bei Bedarf auch in zwei Schritten ausführen, indem Sie die obere Fuge zunächst einmal trocknen lassen und erst danach die untere Fuge einspritzen. Bitte vergessen Sie nicht, die Querfugen mit dem kleinen Radius sauber zu ziehen. Bei sogenannten Rund- und Dehnfugen wird das Silikon in der kompletten Länge aufgetragen. Mit dem kleinen Radius formen Sie die Fuge in der gesamten Länge nach. Jetzt ziehen Sie mit dem Rundwerkzeug das überschüssige Silikon an den Rändern weg. Das gleiche gilt auch für Boden und Wand. Füllen Sie die Fuge mit dem Material auf. Formen Sie die Fuge mit dem Radius an und ziehen Sie mit dem Rundwerkzeug die überschüssige Masse von den Fliesen. Bei Außenecken tragen Sie das Material satt auf. Die Zielrichtung ist egal. Zuerst ziehen Sie eine Fläche durch, danach die andere. An Fenster und Türen ist es ganz egal, ob Sie mit Silikon oder Acryl arbeiten. Gleich nach dem Auftragen einfach nur abziehen. Schauen Sie diese wunderschöne Fensterfuge an. Das Silikon wird eingespritzt und nur ein einziges Mal abgezogen. Fertig. Das kann jeder. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass das für Fuhren und Fuhren wirklich kinderleicht ist. Fuhren und Fuhren und Fuhren. Fuhren und Fuhren und Fuhren.